Hallo zum 13. Tag meines Meditations-Adventskalenders. Heute auch zum letzten Mal tatsächlich die Atembetrachtung. Diesmal geht es darum, ob sie eher ein Brust- oder eher ein Bauchatmer ist. Ich selbst kann tatsächlich nur empfehlen, dass sie wieder wie die kleinen Kinder zum Bauchatmer werden. Brustatmung ist etwas für stressige Situationen. Wenn wir unter Druck stehen, wenn wir Leistung bringen müssen, dann wechseln wir automatisch in die Brustatmung. Besser und entspannender ist tatsächlich die Bauchatmung, weil sie auch den Vagusnerv stimuliert. Das ist sozusagen der Hauptzentralnerv, der dafür sorgt, dass, wenn wir uns angestrengt haben, wir auch wieder runterkommen und uns beruhigen. Und dieser Vagusnerv, der beginnt natürlich im Kopf, durchläuft den ganzen Körper insbesondere aber auch im Bauch. Und deswegen kann man durch eine bewusste Atmung mit dem Bauch diesen Vagusnerv ein wenig stimulieren und dem Körper signalisieren, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung und der Körper kann entspannen. Hierzu können Sie tatsächlich ausnahmsweise mal die Hände aus dieser Meditationshaltung nehmen. Sie können eine Hand auf den Bauch legen, eine auf die Brust legen und einfach mal betrachten, wohin Sie einfach atmen. Was Sie vielleicht gesehen haben, ich habe es versucht, zunächst nur in den Bauch zu atmen, dann nur in die Brust und dann wieder nur in den Bauch. Selbstverständlich kann man das nicht alles voneinander trennen. Es sollte allerdings so sein, dass der Impuls aus dem Bauch herauskommt und das Ausatmen ist dann einfach wieder nur das Entspannen des Bauches und dadurch strömt die Luft wieder aus uns heraus. Das üben wir jetzt wieder in den nächsten zehn Minuten, vielleicht in dem Fall wieder mit geschlossenen Augen. Dann fällt es uns leichter, uns auf uns und unseren Körper zu konzentrieren. Und dann bleibt es uns blindfolded. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020